Hallo Leute, Namaste, willkommen in meiner indische Küche. Heute gibt es Kala Chana Curry. Es ist eine Variante von Geschäbzen. Diese braune Geschäbzen hat einen intensiven Geschmack und sehr gesund. Das Curry schmeckt lecker und könnt ihr bestimmt mal versuchen. So dafür brauchen wir 250 Gramm braune Geschäbzen. Die nennt man auch als Kala Chana. Die könnt ihr auch einfach im Asialaden finden oder auch online. 1 Teelöffel Chilipulver, 2 Teelöffel Korianderpulver, Salz, 1 Teelöffel Kurkuma-Pulver, halben Teelöffel Karammasala, 2 Nelken, 1 Teelöffel Kreuzkümmel, 2 grüne Cardamom, 1 Lobbeerblatt und eine Sämtstange, eine große Zwiebel, 3 Tomaten, die habe ich hier püriert, 3 Kartoffeln, die sind ca. 250 Gramm, 1 Esslöffel Knoblauch, 1 Esslöffel Ingwer, So jetzt lassen wir die braune Geschäbzen über Nacht einweichen. Die haben eine harte Schale, deswegen braucht es mindestens 12 Stunden zum Einweichen. Und hier sind die fast doppelt so groß geworden und sieht perfekt aus. Sogar diese haben angefangen zu sposen. Und in Indien bereitet man diese Geschäbzen auch als Mungsposen zu. Jetzt gebe ich die eingeweichten braunen Geschäbzen, Lobbeerblatt, Semt, Cardamom, Nelken, Salz, Kartoffeln und ca. 700 ml Wasser in einen Schnellkochtopf hinzu. Und hier haben wir die Gewürze dazu gegeben und so bekommt das Curry einen besonders intensiven Geschmack. Und alles auf mittlerer Hitze für ca. 15 Minuten kochen. Wir können auch jetzt in einen Topf kochen, dann dauert es ja etwas länger, aber funktioniert auch. In der Zwischenzeit gehen wir die Masala zubereiten, sodass wir Öl erhitzen. Kreuzkümmel und Zwiebel hinzufügen und andünsten. Dann fügen wir Inkvor, Knoblauch und die Gewürze hinzu. So dafür Kurkuma-Pulver, Koriander-Pulver, Chili-Pulver und Salz hinzufügen. Und kurz anbraten. Hier füge ich etwas Wasser hinzu, damit die Gewürzpulver nicht anbrennt. Dann fügen wir die Purity-Tomaten hinzu und auf mittlerer Hitze für mindestens 10 Minuten gut anbraten. Wenn der ganze Druck aus dem Schnellkochtopf rauskommt, schauen wir, ob die braunen Geschäbsen gut gekocht sind oder noch nicht. Es sieht gut aus, die Geschäbsen sind perfekt gekocht und sehr leicht zu zerdrücken. Wie ich schon in meinen anderen Videos erzählt habe, für die Konsistenz sehr stampfe ich die immer gerne. Also hier habe ich auch die Geschäbsen und Kartoffeln etwas sehr stampft. Hier Masala ist auch gut gekocht. Und füge diese gekochte Geschäbsen-Kartoffel-Mischung zur Masala-Mischung hinzu. Und jetzt lassen wir diese ganze Mischung auf mittlerer Hitze für ca. 10 Minuten kirschen. Am Ende kommt Zitronensaft und Garam Masala. Und wir sind fertig. Hier haben wir Kalachana Curry. Wenn ihr gerne Geschäbsen-Kurry isst, braucht ihr es auch mal probieren. Wir essen es gerne mit Basmati-Reis. Ich hoffe euch, dass das Rezept gefallen hat. Die Suchtatenliste steht unter in der Infobox und auch die anderen Links, wo ihr diesen Geschäbsen online kaufen könnt. So bitte versucht mal und ich wünsche euch alle eine schöne Weihnachtszeit. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.